So, wie bereits angenommen wird es etwas schwierig mit einem Delikopffau hier. Ich zeige euch einfach mal kurz, wo wir jetzt sind, was wir gerade so machen und so. Ich mache einfach eine kleine Führung. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermassen verstehen. Wir sind hier gerade in Frankfurt im Adlib Club auf der Dachterrasse. Ihr seht es, also ihr seht es eher schlecht als recht. Ich mache etwas heller. Hier sind wir gerade auf der Terrasse oben mit einem schönen Blick auf Frankfurt. Hier gibt es gerade noch eine Runde Shots. Ich zeige euch noch kurz, wie es unten aussieht. So, hier seht ihr, stehen schon die Pfeifen bereit. Und hier ist der Unterteil der Location. Seht ihr überall Leute am Rauchen. Aber die meisten sind jetzt schon oben auf der Terrasse. Aber ihr werdet sehen, morgen ist dann hier nochmal ein Event. Da versuche ich euch noch etwas mehr zu zeigen. Hier, wie gesagt, die meisten sind schon auf dem Dach oben. Aber ja, sorry, dass es heute keinen normalen Koffer gab. Einfach einen kleinen Einblick in den Event hier. Und ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch.